Am Freitag, den 20. Mai, ist ein Hausaufest zwischen 16 und 21 Uhr, auch ein Liebchenplatz. Ja. Die Heckenflüsse spielen. Bahnmusik mit anderen Freunden, Edil Klettner, Rauhme Lederraden und andere Kistaren. Der Erika schreibt es. Rauhme Lederraden Rauhme Lederraden Rauhme Lederraden Rauhme Lederraden Rauhme Lederraden Rauhme Lederraden Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hallo?